Krass! Was ist da oben los ey? Das sieht schon krass aus oder? Ja Ja, und wir haben wilden Walden aber nicht wie Wolken Weil das Glow dort durchdrückt ne? Und dann wenn man hier hinter guckt Ohhhh Da kommt hier ja so ein bisschen Hier sieht man aus wie so ein Sail-Swick-Schiff-Film Ja Ohne Scheiß! Wo ist das Raumschiff? Vor allem, wie die Wolken auch von unten da durch das Licht illuminiert werden. Das ist echt Hammer, das sieht so geil aus. Das fängt ganz so miesig. Man hat echt das Gefühl, man kann fast hingreifen an die Wolken. Aber jetzt kam noch kein Druck.